Jetzt möchte ich was einspielen, habe aber gar keine Tastatur angeschlossen. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man das über USB macht. Also es gibt USB-Keyboards, die man ganz einfach an den Mac anschließen kann und dann in Logic einspielen kann. Das erkläre ich später. Jetzt machen wir das erstmal mit dem virtuellen Keyboard, was Apple Logic spendiert hat. Ich starte das virtuelle Keyboard, indem ich die Shift-Log-Taste drücke. Die wird manchmal auch Caps-Log oder Großstelltaste genannt. Ich klicke also hier einmal auf die Spur und dann die Shift-Log und da haben wir sie schon. Und da ist das virtuelle Keyboard geladen. Ich habe hier eine Tastatur mit weißen und schwarzen Tasten. Auf diesen Tasten stehen aber nicht die Noten selber, also nicht C, D, E, F, G, FIS und so weiter, sondern es sind die Tasten von meiner Computertastatur. Also A, S, D, F, G, hier sind die weißen Tasten und hier oben W, E, T, Z und so weiter, die schwarzen. Und wenn ich die jetzt drücke, sieht man auch, dass also hier diese Tastatur grafisch reagiert. Man hört aber leider nichts. So, und das liegt daran, dass die Spur noch nicht aufnahmebereit geschaltet ist. Jede Spur von diesen fünf Spuren, die ich ja hier überzeugt hatte, hat einen Rekordschalter. Und dieser Rekordschalter dient dazu dar, dass die Spur aufnahmebereit ist. Dann wird dieser Schalter rot. Gleichzeitig lässt er das Signal, was am Eingang liegt, der Spur auch durch, dass man es einfach hören kann. Bei einer Audiospur das Mikrofon zum Beispiel und jetzt hier haben wir ja am Eingang unseren Bass. So, und dieser wird jetzt angesteuert von dem virtuellen Keyboard. Bedeutet, Rekordtaste ist drin. Jetzt müsste ich den Sound auch hören. Prima, funktioniert. Ich kann die Tonhöhe verändern in Oktaven, das heißt also immer um zwölf Halbtonschritte, indem ich hier oben einfach auf einer der Zahlen der Nummern drücke. Also ich habe jetzt hier drin die 5, ich kann jetzt mal die 6 drücken. So, und jetzt haben wir nochmal ein bisschen höher. Nochmal die 5 oder die 4 tiefer. Unterhalb dieser Tastatur befinden sich auch nochmal hier Tasten. Die sind für die Lautstärke, die Velocity verantwortlich. Die steht gerade auf 98. Ich drücke jetzt mal hier das C und dann hat sich der Velocity-Wert hier oben auf 54 verändert. Müsste jetzt also leiser sein. Genau, ich drücke nochmal B, müsste es wieder lauter sein. Prima, mithilfe des virtuellen Keyboards kann ich jetzt meine erste Aufnahme beginnen. Prima, mithilfe des virtuellen Keyboards. Die sind für die rote. Abkommen zu werden. Das war's. Ich bin jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt mal ein bisschen weniger. Ich bin jetzt aber ein sehr, sehr gut. Ich bin jetzt mal auf Circle. Und jetzt in der Stупste. Und jetzt kann ich noch mal eine 있고. Ich bin jetzt mal auf das Bild. Ich bin jetzt mal ein bisschen weniger. So, ich bin jetzt mal bereit. Untertitelung des ZDF, 2020